Ein junger Mann bringt die Leopoldstadt am Donnerstagvormittag ziemlich in Unruhe, indem er hier wahllos auf Passanten losgeht. Erst trifft es eine 37-jährige Frau, die auf der LaSalle-Straße unterwegs ist. Der junge Mann greift sie aus unerfindlichen Gründen an, stößt sie zu Boden und schlägt dann auf die wehrlose Frau ein. Schließlich lässt er doch von ihr ab und läuft davon, läuft in Richtung Taborstraße. Hier auf der Taborstraße ist er doch weiter getrieben von seiner Aggressivität, die sich in ihm hier aufgestaut hat an diesem heißen Donnerstag. Und er geht hier auf einen 22-jährigen jungen Mann los, der die Kippa trägt. Das ist die traditionelle jüdische Kopfbedeckung, die man hier im zweiten Bezirk recht oft sieht. Doch es bleibt hier bei dem Versuch der Körperverletzung. Er lässt dann von dem Mann ab und läuft in Richtung Schwedenplatz, der hier nur fünf Minuten entfernt ist. Und dort kann er von der Polizei gefasst werden. Die nimmt ihn fest aufgrund seines aggressiven Verhaltens. Und jetzt schaltet sich auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ein. Denn man vermutet hier einen antisemitischen Hintergrund. Das vermutet zumindest die jüdische Kultusgemeinde. Und deshalb wird jetzt gegen den jungen 24-jährigen Niederösterreicher mit türkischen Wurzeln namens Burkay S. ermittelt. Und dieser ist bei der Polizei keinesfalls unbekannt.